Jetzt wieder ein besonderer Programmpunkt. Ich komme heute von besonderen zu besonderer Programmpunkten, aber das ist wirklich besonders. Wir haben nämlich unseren jüngsten Redner jetzt. Stefan ist zehn Jahre alt und hat eine Geschichte geschrieben, die Teddy-Geschichte. Ich bitte deshalb um ganz besondere Aufmerksamkeit. Danke, Stefan. Guten Tag. Mein Teddy. Als ich mit meinem Teddy in Rumänien war, wollten sie meinen Teddy klauen. Wir waren in Serbien mit meinem Teddy. Sie wollten ihn schlagen. In Ungarn wollten sie meinen Teddy brennen sehen. Als ich in Tschechien war, haben sie meinen Teddy nicht reingelassen, weil er nicht blond war. Als ich mit meinem Teddy in Deutschland war, durfte mein Teddy nicht bleiben, weil er keinen Aufenthalt hat. In Bulgarien wollten sie meinen Teddy fangen, weil er nicht so cool war, angeblich. In Kroatien wollten sie mich nicht reinlassen, weil ich nicht so angeblich cool war, wie die anderen Leute. Danke. Noch mal ein großer Applaus. Danke. 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 Danke.